Ja hallo, hier ist Christian Hemmschermeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach und immer mehr YouTuber. Deswegen heute schon mal Ansage, dass ich werde nicht mehr mit Live Sessions und so wird das zunehmend schwieriger. Ich kriege das einfach nicht mehr unter, also diese Strategie Sessions, die ich da gemacht habe. Und E-Mail-Coaching, ja, werde ich nur noch in einer bestimmten Art machen. Genau, also versuche da im Wesentlichen über die Kurse dann das Wissen zu bekommen. Ich schaffe das einfach nicht mehr mit diesem ganzen Content und ja, die Leute, die schon in den Kursen sind. Da irgendwo ist ja auch immer was, was da gemacht werden muss. Jo, aber gut, so viel dazu. Genau, heute Thema ist Liebeschipp und Arbeitsbeziehungen. Es soll jetzt gar nicht mal so darum gehen, um das Thema Don't Fuck The Company. Ich glaube, das haben wir auch viel angeschaut hier bereits und ist ja auch, ja, soll ich mal sagen, also der Teil davon ist, glaube ich, oft angeguckt, sondern worum es mir gehen soll heute mal, was ich auch immer wieder bekommen habe, so all den Sessions, ist das Thema, ja, toxische Beziehungen, jetzt nicht Liebesbeziehungen, sondern toxische Beziehungen zwischen, ja, Chef und Untergebener. Und das hatte ich genauso oft, dass das Opfer der Chef war, wie das das Opfer der Untergebene war. Und ja, also natürlich geht das oft mit, also wenn das richtig problematisch wird, dann mit vielleicht einer Affäre einher, die es dann besonders schlimm macht. Aber wie gesagt, was ich heute einfach mal sagen will, ist, diese Liebeschipp-Thematiken, selbst wenn du jetzt einfach nur, nimm mal an, du hast jetzt einen starken narzisstischen Chef, du hast noch nicht mal eine Liebesbeziehung mit dem, also diese ganzen Mechanismen, über die wir hier reden, die sind natürlich exakt die gleichen da, ne, wenn du von deinem Chef irgendwie heiß-kalt, Gaslighting, Schuldumkehr, weiß ich nicht, Lügen, Love-Bombing, vielleicht auch bekommst, ist das natürlich irgendwo letztlich genauso schädlich, wie wenn das, ja, Beziehungs-, also im Liebesbereich ist. Und das Gleiche betrifft übrigens auch, wenn du Chef bist von jemand, der dich durch so eine toxische Scheiße zieht irgendwie. Das kann mich auch sagen, dass du da, ja, vielleicht eine Geschichte hattest als Chef mit jemand, ähm, ja, das natürlich soll man nicht machen, klar, äh, aber gehst dann raus und, äh, ja, siehst dich plötzlich alle Arten von komischen Vorwürfen ausgesetzt oder bist euch in Kakao gezogen und, äh, wie gesagt, nicht, dass man das, äh, natürlich, man sollte das alles nicht tun, ne, ähm, aber ich wollte nur mal sagen, auch natürlich kann es auch an solchen Arbeitsumgebungen, diese ganze, äh, das ganze Ausmaß dieser Toxic geben, die es in normalen Liebesbeziehungen auch gibt und mit den gleichen Konsequenzen, also da, das wird immer wieder gefragt, was ist denn, äh, mit, äh, ja, toxischen Beziehungen, man hat Kinder zusammen, ich meine, das wäre sowieso keine Videos drüber machen, hier, äh, das hätte ich ja schon x-mal gesagt, ähm, aber was ist denn mit toxischen Beziehungen und Arztplatz? Ja, es ist das Gleiche. Ich meine, ich kann, also, wenn solche Beziehungen da angefangen werden oder, äh, wenn, oder auch nur, wie gesagt, ohne Beziehungen, wenn man sich da so verstrickt mit jemandem auf der Arbeit, ähm, und leidet, es ist das Gleiche, ne, es ist, äh, äh, letztlich muss man sich immer überlegen, ich kriege immer so einen, ja, und dann sagen wir, was soll ich denn machen, dann meine ich, ja, das Beste wäre nur Kontakt, ja, aber wir arbeiten noch zusammen, man sage, ja, ist jetzt aber so, ne, ich meine, das ist jetzt so, hat sich so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, ähm, ja, was soll ich denn jetzt machen, ja, leiden oder gehen, ne, ich meine, es ist, also, wenn man jetzt vielleicht in so einer Liebessuchtgeschichte auf der Arbeit ist, es ist nicht anders, als wenn du nicht auf der Arbeit bist, ne, es ist, du leidest, du brauchst diesen Abstand, dir wird weiter Energie abgezogen, du schaffst es nicht, dich dagegen zu wehren und dann ist halt Nullkontakt das Beste und was das dann genau heißt, weiß ich auch nicht, ne, ob man dann, äh, die Abteilung wechselt oder, äh, oder ob man Strukturen, die es in der Firma gibt, die einem da vielleicht helfen können, äh, Human Resources, ob man die mit dazu nimmt, nicht mit dazu nimmt, keine Ahnung, muss man gucken, ich kann nur sagen, von der psychologischen Seite, es ist exakt das Gleiche und es exakt die gleichen Sachen helfen einem, ne, das ist immer das, irgendwo das Einfache, aber auch irgendwo das Brutale, das, äh, das sind immer die gleichen Tools, das ist immer das gleiche Vorgehen und natürlich gibt es da in der Ausführung manchmal Probleme, aber letztlich ist immer die Frage, wie wichtig ist dir dein Seelenheil und dein Seelenfrieden? Ähm, wie viel bist du bereit auf Seelenheil und Seelenfrieden zu verzichten, nur um keine Unabnehmlichkeiten zu haben, was vielleicht ein Jobwechsel oder Abteilungswechsel oder mit Leuten reden, wie viel ist es dir erst wert? Ne? Und, äh, letztlich muss man sich das auch immer selber fragen, das kann ja auch niemand sagen, also wenn du jetzt sagst, ja, ich hab aber jetzt diesen Traumjob und das geht auf gar keinen Fall und wir müssen jetzt miteinander klarkommen, dann übernehme die Verantwortung, dann übernehme die Verantwortung, dass du vielleicht weiter, ähm, jeden Tag versucht wirst, zu manipulieren vom anderen Menschen und, ähm, naja, dann akzeptiere das. Ne? Also da, wie gesagt, es sind immer die gleichen Tools, es ist immer der gleiche Ablauf und man soll sich, muss sich auch gar nicht grämen, weil, weil, ja, also, wenn man vielleicht durch die Kindheit entsprechende, ähm, Probleme hatte oder wenn man vielleicht gerade einfach eine Scheißphase im Leben hatte und man ist anfällig gewesen, äh, für eine toxische Verstrickung irgendwie, äh, dann war es halt so, dann ist es halt passiert, ne? Wir alle machen Fehler, beziehungsweise auf einer übergeordneten Ebene war es vielleicht noch nicht mal ein Fehler, sondern war halt irgendwie ein Lernen und ein Leerschritt, wenn das Universum die verpasst hat irgendwie, aber, ähm, ja, ich kann nur immer wieder sagen, äh, überlegt euch wirklich, was auf die Dauer, äh, billiger ist, irgendwie, unter Umständen, ja, weiß ich nicht, auf irgendeinen Traumjob, also vermeintlichen Traumjob zu verzichten und dann mal seinen Seelenfrieden zu haben und vielleicht war es noch was viel Geileres finden zu können, weil auch da, ähm, dürfen wir, glaube ich, mehr in der Fülle denken, als dass wir oft im so Mangel denken oder ob ich sage, äh, ich will auf gar keinen Fall, ich will auch unbedingt meine, dass ja alles so bleibt, wie es ist, ähm, nur da muss man schlucken, dass man weiter unter Umständen in einem manipulativen Umfeld ist, äh, was man nicht beherrscht kriegt und, äh, wenn es so um Manipulationen geht und so, ich meine, es gibt einen Grund, warum man immer wieder sagt, nur Kontakt, weil da sind einfach bestimmte Menschen besser, sie können einfach besser manipulieren, als du dich dagegen abgrenzen kannst, das muss man einfach akzeptieren, ne, dass du auf dem Gebiet, äh, das vielleicht nicht, nicht gewinnen kannst, ne, ähm, also insofern, äh, wenn du in sowas reinrutscht, strebe dich nicht, äh, analysiere die Situation, das sind letztlich die gleichen Tools wie in meinen Liebeschiff-Kursen, ähm, setze Standards und Dealbreakers, sage ich alles das Gleiche, äh, und ziehe die Konsequenzen daraus, ne, und triff Entscheidungen, die wirklich die maximale Selbstliebe haben, das ist eigentlich so das Einzige, was man da immer wieder, ähm, so sagen kann, so, ja, ähm, genau, und denke, sagt euch immer, Leute, wir wollen hier ein geiles Leben haben, ne, wir wollen hier nicht mal den ganzen Tag leiden und so und scheiße, irgendwie, ne, also, ähm, geht nicht so in die Opferhaltung rein, egal ob ich jetzt auf Arbeit oder sonst wie, sondern packt die Sachen an, packt die beiden Hörnern, äh, geht's an, dann, übernehmt die Verantwortung und dann off you go und dann könnt ihr auch Ergebnisse erzielen auf lange Sicht, die, äh, ja, vielleicht weit über das hinausgehen, was ihr euch jemals zugetraut hättet. In diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017